ja für solide werte und genau darum geht es heute auch es geht ums thema gold und um die frage ist gold schon zu teuer und damit herzlich willkommen zu diesem marktupdate edelmetalle ja spannende zeiten bevor es richtig losgeht mit dem thema gold ist gold schon zu teuer nochmal ein kleiner blick auf die märkte einfach aus aktuellen gründen möchte ich fast mal sagen die meisten von ihnen werden es mitbekommen haben wir hatten massive marktbewegungen und da nur zwei drei kurze worte dazu damit man ein bisschen wissen worum ging es da eigentlich was konkret ist passiert also wir hatten beim nikkei mit minus 12 prozent oder 12,4 prozent den größten einbruch ja seit ich glaube 2000 2008 beziehungsweise schon noch ein bisschen länger was war der hintergrund sind auch viele andere märkte mitgefallen ist auch bitcoin hat es massiv in mitleidenschaft gezogen die tech werte sind gefallen was ist da genau passiert und der zeitungstitel hätte bringt es ziemlich auf den punkt carry trade implotiert ein schwarzer schwan schüttert die börse was ist der carry trade um es mal kurz zu erwähnen im wesentlichen liegt in japan oder liegen in japan die zinsen seit jahrzehnten nahe null zuletzt sogar negativ also mit minus 0,1 ich habe hier mal die grafik mitgebracht wo man einfach die zinsen sieht mal zurück die letzten zehn jahre von null auf minus 0 1 und dann eben das sieht man hier schön in den letzten jahren märz war die erste erhöhung und jetzt kam plötzlich und überraschend die zweite zinserhöhung und warum ist es so schlimm ganz einfach die anleger oder sag mal investoren spekulanten waren es gewohnt dass japan praktisch der geldlieferant war der billige geldlieferant man konnte also sich günstig in japanischen jennen verschulden man konnte schulden entsprechend aufnehmen und hat dieses geld dann genommen und in andere assets investiert und hat einfach gehofft dass die eben im wesentlichen besser laufen als vielleicht der japanische jen an wert gewinnt denn im wesentlichen wenn der japanische jen an wert gewinnt heißt es die schulden gewinnen an wert dann wird es teurer die zurückzuzahlen verliert der japanische jen werden die schulden weniger wert und wenn gleichzeitig meine anlage in die ich investiert habe steigt habe ich einen gewinn gemacht das ist der carry trade und man schätzt dass zwischen zwei und 20 billionen us-dollar in diesen carry trades gelaufen sind und diese plötzliche zinserhöhung der japanischen notenbank die völlig unerwartet war hat diese carry trader auf dem komplett falschen fuß erwischt der japanische jen ist stark angezogen das bedeutet die schulden sind aufgewertet von diesen carry tradern und gleichzeitig sind aber die märkte nach unten gegangen das heißt die die investoren mussten dann das was sie mit diesen schulden bezahlt hatten wo sie investiert hatten verkaufen notverkaufen und das hat dann zu massiven rückgängen kursrückgängen an den märkten geführt und spannend ist im wesentlichen man kann sagen dass fast alles was gestern zweistellig prozentual verloren hat das war ein ziel dieser spekulanten weil alles was als zweistellig verkauft worden ist gestern war im effekt das wo sie diesen carry trade auflösen mussten also musste positionen verkaufen um seine jen schulden dann glatt zu stellen und spannend war das zu beobachten also der nicke natürlich selber mit minus 12 prozent also ist es viel in japanische aktien investiert worden aber auch der bitcoin der zeitweise sehr hoch zweistellig im minus war auch das war scheinbar ein ziel dieser spekulation dieser investitionen und eben auch tech werde die sehr sehr stark teilweise auch zweistellig verloren haben wie hat sich der markt insgesamt entwickelt und da auch der kleine seitenschlag zu gold gold war dann noch der stabile hort an diesem tag war zwar auch im minus ganz leicht hat sich dann wieder stabilisiert aber man sieht es hier im ein jahres chart nickel dax und gold da ist gold einfach noch sehr sehr entspannt also man sieht das selbst bei so heftigen marktrückschlägen wie wir es gestern gesehen haben gold dann absolut ein sicherer hafen ist was war noch weitere gründe für ein abverkauf gestern nicht nur der carry trade sondern es war auch die arbeitsmarktdaten es ging ja am freitag schon los also man hat hier einfach gesehen dass die usa definitiv in eine rezession reinschlittert wer unsere marktabsätze verfolgt hat der wusste ja schon dass das kommt einfach aufgrund der zinsstrukturkurve die hat es schon vorhergesagt und schon über ein jahr im voraus eineinhalb jahre im voraus die ki platze ki blase platzt jetzt aktuell das heißt es gibt gewinnrevisionen also diese gewinne die man sich erhofft hat durch die ki revolution die bleiben aktuell aus deswegen sind die die unternehmensbewertungen da kommen auf den prüfstand und deswegen korrigieren die gerade und natürlich die eskalation im israel konflikt mit einem möglichen mehrfronten krieg diese gemengelage hat dann einfach dazu geführt dass gestern ein massiver abkauf verkaufte an den märkten war was es aber auch zeigt ist dass es wichtig ist die notenbankpolitik und die geldpolitik im auge zu halten und auch zu verstehen weil die einen massiven einfluss auf die märkte hat das sieht man hier auch entsprechend ohne diese jahrzehntelange nullzinspolitik hätte sich dieser massive carry trade gar nicht aufbauen können und dann natürlich auch jetzt nicht platzen können und genauso ist es auch bei gold ich komme da gleich noch mal dazu warum notenbankpolitik einen massiven wenn ich sogar der größte einflussfaktor auf den goldpreis ist aber gucken wir uns gold einfach mal an im zeitverlauf seit einführung des euro im jahr 2000 auch im vergleich zu anderen anlageklassen dann sieht man hier gold silber den den dax aber auch anleihen das gold mit über 640 prozent plus in den letzten 24,5 jahren wenn man so will einer der outperformer war das sind ungefähr 8,7 prozent pa und jetzt muss man wissen das ist ja nach einem jahr haltetauer komplett steuerfrei für deutsche anleger das heißt sie hätten alternativ eine anlageform von zwölf prozent vor steuer haben müssen um die gleiche nachsteuerende wie mit gold zu erzielen und ich hoffe für sie sie hatten da die ein oder andere anlage die meisten man es eher nicht haben deswegen hoffe ich für sie dass sie gold im portfolio schon hatten und auch noch haben und jetzt stellt sich natürlich für die frage ist gold schon zu teuer und dazu kommen wir gleich noch mal und aber heute eben bekannte teilnehmen haben aber auch neue teilnehmer erlauben es mir eine kurze vorstellung meiner person mein name ist andreas ullmann ich bin bankbetriebswirt habe auch mal einen ausflug in die welt der hedgefonds gemacht bin seit über 30 jahren an den kapitalmärkten aktiv und bin hier vice president sales der solid gruppe bzw geschäftsführer der solid vertriebs gmbh und habe die ehre und das vergnügen unsere gruppe bei webinaren und vorträgen wie diesem hier vertreten zu dürfen ja wer ist die solid gruppe uns gibt es seit 2008 sind also einer der führenden edelmetallhändler in deutschland für das thema edelmetall sparpläne mit einer halben milliarde handelsvolumen über 200.000 kunden mittlerweile 150 mitarbeiter hauptsitz ist in der schweiz mittlerweile im tegerwilen und natürlich hier in wiesbaden wo ich aktuell bin und was uns eben auch sehr freut ist dass wir mittlerweile mit über 260 banken volksbanken und sparkassen und auch über 2500 finanzvermittler zusammenarbeiten die unseren kunden oder ihren kunden edelmetalle über uns anbieten und dass wir mittlerweile ja schon zum neunten mal in folge zum besten anbieter von edelmetall sparplänen ausgezeichnet worden sind aber jetzt genug zu uns kommen wir zurück zu gold und schauen uns mal an wie teuer ist gold denn wirklich und da gehe ich mal ganz ganz weit zurück bis in die 1970er jahre und damals war gold tatsächlich bei 35 dollar die uns in 1970 warum gold ist damals mit dem mit dem gold act sozusagen gefixt worden an den us dollar also es war schon viel früher 1933 34 war das schon und deswegen war vorher eigentlich immer ein 35 dollar waren immer eine unze gold bis eben 1971 deswegen brauchen wir uns den chart vorher gar nicht anschauen und dann sieht man hier dass wir mehrere phasen hatten wo gold immer wieder gestiegen aber auch gefallen ist und wir schauen uns heute ganz genau an warum gold gestiegen ist warum gold gefallen ist und wie das ganze sehr sehr wahrscheinlich weitergeht und am wichtigsten ist glaube ich man guckt sich zuerst mal diese phase ab 1970 an und da möchte ich auch schon mal die frage beantworten ist gold wirklich zu teuer denn wenn wir uns mal gold nicht in form des kurses anschauen wie wir es hier sehen sondern in form seiner kaufkraft dann sieht das ganze nämlich ganz anders aus und da gibt es einen wunderschönen chart der ein oder andere kennt den vielleicht das ist der gold bierpreis index was sagt er aus sie sehen hier den bierpreis und zwar auf basis der paulana brauerei in münchen im übrigen indexiert mit 100 im jahr 1950 und wie viel gold oder papier geld also damals d mark später euro man auf den tisch legen muss um bier zu kaufen und spannend ist dass dieser bierpreis sozusagen der bierpreis index bis 1971 in etwa gleich bleibt also gleich viel geld und gold ist auch logisch denn bis dahin war ja der us dollar an gold gekoppelt und über dem das breton woods abkommen das 1944 festgelegt wurde es waren die anderen währungen an den dollar gekoppelt also auch d mark damals und so hatten wir ein relativ enges verhältnis zwischen den wechselkursen und auch ein generell stabiles geldsystem denn es dürften eigentlich nicht mehr dollar gedruckt werden als gold in dem lager der us notenbank ist und diese goldbindung wurde 1971 aufgehoben das schauen wir uns gleich nochmal an und dann schauen wir uns an was danach nämlich passiert ist sie sehen hier dass der preis für bier in form von papier geld damals d mark später euro immer weiter nach oben geht und das was sie da als ganz steile kante am schluss wahrnehmen das ist die höhere inflation der letzten drei bis vier jahre also das heißt es gab inflation vorher schon jetzt war sie nur steiler und wurde stärker wahrgenommen spannend ist aber wenn sie mal schauen was bier in gold kostet das ist nämlich gleich geblieben beziehungsweise war mal ein bisschen mehr war ein bisschen weniger momentan müssen sie eher weniger gold auf den tisch des hauses legen das heißt die kaufkraft von gold ist gestiegen und höher als 1950 so jetzt gucken uns noch mal an was genau 1971 da passiert ist wie gesagt bis 1971 oder erst mal warum steigen die preise ganz einfach sie sehen hier rechts daneben die us notenbank fett und die hat ab 1971 eben nachdem der gold preis nicht mit der dollar nicht mehr an gold gekoppelt war fleißig dollar gedruckt immer mehr dollar auf den markt geworfen und dann wurde der dollar natürlich immer weniger wert schauen wir uns aber gleich nochmal an gucken uns mal 1971 an und schauen mal in die zeit zurück damals noch gold bindung und sie sehen hier auf dem us dollar steht drauf gold zertifikat also das heißt dieser schein konnte bei der us notenbank gegen pures gold eingetauscht werden problem dabei war 1971 der vietnam krieg und die amerikaner haben mehr geld für den krieg ausgegeben als sie gold in den notenbank ressorten hatten das heißt immer mehr länder haben ihre dollars bei der us notenbank gegen gold eingetauscht die gold reserven sind von 20.000 tonnen der us notenbank auf etwa 9000 tonnen abgeschmolzen und das war der moment wo richard nixon die reißleine gezogen hat und die einlösungsverpflichtungen des dollars in gold aufgehoben hat am 15. august 1971 und seitdem steht nicht mehr drauf gold zertifikat auf dem dollar sondern sie haben das l rausgestrichen aus gold das heißt es bleibt übrig in gott we trust wir vertrauen auf gott vertrauen lateinisch credere deswegen spricht man heute auch vom kreditgeldsystem vom vertrauensgeldsystem weil man darauf vertrauen muss dass man für diesen zettel in der zukunft von jemand eine ware oder eine dienstleistung bekommt ja die menschen waren verusichert die haben gesagt ist mein dollar jetzt noch was wert eigentlich und richard nixon hat gesagt keine angst dein dollar wird morgen noch genauso viel wert sein wie er heute wert ist wie war es tatsächlich naja schauen wir uns mal den dollar relativ zu gold und das ist das entscheidende an ab der aufhebung des gold standard dann sieht man hier dass der dollar seit 1971 98 prozent seiner kaufkraft gegenüber gold verloren hat das heißt gold an sich die kaufkraft ist gleich geblieben haben wir gerade gesehen aber die währung ist gefallen und das ist kein us amerikanisches einzelbild gucken wir uns mal diese goldene konstante wie wir sie nennen also die kaufkraft von gold indexiert und die währungen dazu bis 1900 zurück dann sehen sie hier sowohl die papiermark hyperinflation 1923 bis 26 japanische yen und von sterling im zweiten weltkrieg von der goldbindung verabschiedet die reichsmark und sie sehen dann hier auch ab 1971 die auflösung oder aufhebung des gold standards und dementsprechend den kaufkraftverlust das bedeutet im wesentlichen fallen fällt nicht oder steigt nicht gold in seiner kaufkraft sondern es sind die währungen die fallen und jetzt könnte man sich da ganz rechts unten den euro nochmal anschauen das würde sie besonders interessieren man kann man sagen ist ja nur eine kleine kante da ist ja nicht viel passiert aber achtung ab euro einführung müssen sie das ja wieder mit 100 indexieren und dann nach unten rechnen und das haben wir hier mal für sie getan konkret hat der euro versus gold seit seiner einführung im jahr 2000 schon 86,6 prozent seiner kaufkraft gegenüber gold verloren also hat gerade noch 13,4 prozent seiner kaufkraft und so geht es auch den den anderen währungen im wesentlichen gucken wir uns hier mal an das ist jetzt in schweizer franken der hat nur 72 prozent seiner kaufkraft verloren mexikanische peso 92 prozent seiner kaufkraft das heißt im wesentlichen je weicher die währung desto stärker steigt der goldpreis in dieser währung und deswegen ist gold ein fieberthermometer für die kaufkraft stabilität und deswegen will man auch nicht dass gold eigentlich so hoch steigt weil das ist eigentlich ein warnsignal und wir sind auf allzeit hoch bei gold das ist eigentlich ein warnsignal für die kaufkraft stabilität in dem fall des euros oder auch us-dollars wir sind ja in fast allen währungen mittlerweile auf allzeit hoch das ist also die wichtige kernbotschaft vergleichen wir es nicht mal nur mit bier sondern schauen wir uns mal den anderen sachwert an vergleichen wir mal gold versus aktien wie teuer oder günstig sind wir da und da gibt es der s&p 500 ist ja der weltweit bekannteste aktienindex oder auch größte muss man sagen mit den wichtigsten aktien drin und es gibt das sogenannte s&p 500 gold ratio und das drückt aus im wesentlichen wie viel unzen gold brauche ich um einmal den s&p 500 zu kaufen sozusagen und je höher das ganze ist desto günstiger ist gold weil ich mehr gold auf tisch legen muss versus aktien und je niedriger ist der ist desto teurer ist gold relativ zu aktien logisch weil ich dann weniger gold hinlegen muss weil es herter ist von der kaufkraft her so und da sieht man hier wo wir aktuell stehen also der median zurück bis 1970 liegt bei etwa 1,2 in den phasen wo gold eher teuer war in den 80er jahren oder auch 2011 vom letzten allzeithoch da waren wir eher so bei 0,5 bis 0,8 in den 80er waren wir sogar bei 0,3 und jetzt stehen wir bei 2 das heißt gold ist relativ viel zu aktien sehr sehr günstig im historischen vergleich also bei weitem nicht teuer wenn man jetzt noch die allgemeine kaufkraft von gold anschaut da gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber weil es relativ bekannt ist dann sieht man hier dass über die jahrhunderte hinweg man im endeffekt die gleiche menge ware und dienstleistung für gold bekommen hat also ich mache mal hier ein paar beispiele man hat vor 2000 jahren für den maßanzug 0,5 bis eine goldunze bezahlt und macht das heute auch man hat 1908 für 42,5 goldunzen ein auto bekommen gehobene mittelklasse und bekommt das heute entsprechend auch und man hat 1950 95 maß bier auf dem oktoberfest für eine maß bekommen und heute 16 sogar 127 maß das heißt gold hat seine kaufkraft da absolut erhalten man muss also gold anders betrachten und das ist meine erste botschaft heute an sie bei gold es ist zu teuer oder nicht es ist nicht gold was im wert steigt also gold ist wie eine eigene währung die aber von der natur aus limitiert ist deswegen eine hohe kaufkraft stabilität hat und im wesentlichen wenn gold in irgendeiner währung steigt dann heißt es eigentlich nur dass die währungen an kaufkraft relativ dazu verloren haben genau so und jetzt gucken wir uns mal an was sind denn die wichtigsten faktoren eigentlich das heißt was entscheidet denn ob jetzt eine währung steigt oder fällt gegenüber gold und wie sieht es aktuell aus und auch wie sieht es in zukunft aus also wohin wird der goldpreis in den nächsten monaten und jahren gehen und einer der wichtigsten faktoren ist im endeffekt die inflation und auch der zins warum die inflation ist klar habe ich eine hohe inflation in meiner währung also druck der staat viel geld und die währung wird weniger wert dann steigt relativ dazu der goldpreis jetzt gibt es aber einen faktor der das ganze ausgleichen kann nämlich der zins also beispiel wenn ich 5% inflation habe und 0% zinsen bekommen dann verliert meine meine kapitalanlage auf dem konto jedes jahr 5% kaufkraft das ist relativ einfach aber jetzt kommt wenn ich jetzt 5% inflation habe aber 10% zinsen bekommen dann habe ich ja mehr als den inflationsausgleich das heißt ich habe 5% kaufkraft gewinnen jedes jahr und diese differenz aus inflation abzüglich dem zins den ich bekommen nennt man real zins und den zusammenhang zwischen real zins und goldpreis den möchte ich ihnen mal zeigen anhand einer wirklich sehr sehr guten grafik die ist eigentlich existenziell um das zu verstehen und zwar sieht man hier den goldpreis in us dollar das ist die goldene linie und den real zins in den usa also das heißt inflation minus den zins den ich bekomme und was mir hier wunderbar sieht ist ich zeige das hier mal ganz kurz in den in den charts wenn der real zins negativ ist hier dann haben wir tendenziell eine phase wo gold steigt hier auch negativ das war die stagflation der 80er auch hier steigt gold und in der phase von positiven real zinsen da fällt gold tendenziell und man sieht hier zum beispiel die letzte phase ab 81 da ist die stagflation der 70er wurde da beendet jäh beendet durch eine zinserhöhung von paul volker chef der us notenbank der hat über nacht die zinsen auf 20 prozent angehoben und das leutete eine ja man kann sagen gut 20 jährige korrektur von gold ein nämlich zwischen 1981 und dem jahr 2000 sehen sie hier ist gold praktisch nicht in die gänge gekommen warum der real zins in den usa das heißt in platz zins minus inflation war positiv das heißt der dollar hat an kaufkraft gewonnen und deswegen hat gold auch nicht funktioniert in dieser phase jetzt kommt aber ab 2000 sie erinnern sich platzende dot com blase und dann später 2008 die immobilienkrise in den usa ab da wurde wieder expansive geldpolitik betrieben das heißt man hat die zinsen runter genommen mehr geld gedruckt und dementsprechend ist der real zins richtung negativ gegangen und dann hat man die nächste hosse phase mit gold eingeläutet bis 2011 ging der goldpreis dann von 235 dollar die unse auf 1100 dollar die unse hoch und dann kam wieder die notenbank ben panenke und der hat gesagt wir machen jetzt wieder restriktive geldpolitik und das hat dazu geführt dass gold dann entsprechend wieder korrigiert hat aber faktisch war es nur ein versprechen getan haben sie eigentlich nichts und sie sehen dann hier ab dem corona lockdown 2020 wo die zinsen dann massiv runter gezogen worden sind gehen massiv ins negative die druckerpresse wurde angeworfen um die staaten mit benötigten geld für nothilfemaßnahmen zu versorgen und ab dem zeitpunkt geht gold praktisch durch die decke hier mit einer kleinen zwischen konsolidierung in dem bereich aber jetzt entsprechend wieder weiter genau so das heißt im wesentlichen ist der real zins der entscheidende faktor und wir gucken uns gleich nochmal an warum der real zins in zukunft bei null oder negativ liegen muss was ein wesentlicher treiber des goldpreise sein wird aber zu den faktoren kommen wir später spannend finde ich zum thema inflation nämlich den punkt der notenbanken dass die notenbanken eigentlich die inflation auslösen durch ja expansive geldpolitik und ein schönes beispiel um das mal zu visualisieren dass die inflation eigentlich gar nicht großartig da war bevor es notenbanken gab zeige ich ihnen mal die die us konsumentenpreise also die inflation der usa seit 1775 und damals war gold geld also es gab praktisch kein staatliches geld monopol sondern man hat einfach goldmünzen getauscht oder silbermünzen entsprechend und man sieht hier dass die preise in den usa die konsumentenpreise immer nur gleich gestiegen sind wenn es kriege gab warum im wesentlichen ist inflation immer das verhältnis zwischen der geldmenge die im umlauf ist und der menge an waren und dienstleistungen so und was in den kriegsphasen passiert ist dass die menge an waren und dienstleistungen runter geht die geldmenge ist gleich geblieben aber die menge an waren und dienstleistungen ist runtergegangen und deswegen sind die preise kurz mal gestiegen und als wenn dann die die waren wieder verfügbar waren dann sind die preise wieder gefallen deflation das war im wesentlichen sehr sehr lange über jahrhunderte bis die us notenbank 1913 eingeführt worden ist und ab da sieht man moment da geht es nach oben und es geht nicht mehr wirklich nach unten die us notenbank war aber noch ein bisschen gedeckelt in der produktion des geldes weil es ja noch gold gedeckt war und das ist dann endlich da ist der deckel endgültig 1971 dann weggeflogen als dann die goldbindung aufgehoben muss und seitdem steigen die preise in den usa schauen sie sich mal die linie hier an und das ist können sie auf jedes land dieser welt replizieren das heißt im wesentlichen was immer die unlimitierung des geldes die zu dieser inflation führt und dementsprechend auch zu steigenden goldpreisen und wer heute sagt gold fällt morgen oder perspektivisch langfristig der geht eigentlich davon aus dass die staaten sparen und die notenbanken kein geld mehr drucken darüber kann man jetzt mal nachdenken trotzdem fragwürdig oder mal kurz zurück ist ja warum ist denn gold jetzt so stark gestiegen obwohl die zinsen auch gestiegen sind also wir hatten jetzt in den letzten monaten eigentlich die stärksten oder anderthalb zwei jahre schon die stärksten zinsanstiege seit existenz der ezb und die zweithöchste sei der fett oder in der fett und warum ist der goldpreis trotzdem nach oben gegangen eigentlich müsste der goldpreis bei steigenden zinsen ja nach unten gehen und das ist ein anderer treiber und zwar ein zweiter treiber den ich ihnen jetzt gerne zeigen möchte also man sieht es hier auch schön das sind die zehnjährigen renditen für staatsanleihen auf den kopf gestellt invertiert unter goldpreis und die gehen immer einher das heißt hohe zinsen niedriger goldpreis niedrige zinsen hoher goldpreis und ab 20 2022 geht das ganze auseinander das heißt gold steigt obwohl die zinsen steigen und das ist eigentlich komisch hintergrund ist die physische nachfrage der notenbanken die haben nämlich ab 2022 massiv gold gekauft was sie hier sehen sind die goldkäufe der notenbanken zurück bis in die 1970er jahre also sie sehen ich zeige ihnen immer hier makroökonomisch den großen blick damit man es besser nachvollziehen kann und zwar im wesentlichen so wenn man hier rote balken hat heißt es die notenbanken haben in diesem jahr weltweit in der summe eher gold abgestoßen also auf den markt gegeben blauer balken bedeutet die notenbanken haben in der summe gold gekauft akkumuliert vom markt weggenommen man sieht es hier dass im ineffekt ab 1981 zinserhöhung durch paul volker es gab hohe zinsen hohe realzinsen gold war nicht spannend also was haben die notenbanken gemacht die haben gold auf den markt geworfen und netto verkauft verkauft und das ging in etwa bis 2008 2008 finanzkrise notenbanken setzen zinsen auf null damit drucken massiv geld damit erhöhen sie die inflation und ab dem moment haben die notenbanken selbst wieder angefangen gold zu kaufen ich sage immer der koch riecht den braten zuerst das heißt die notenbanken wussten natürlich ganz genau dass sie durch ihre expansive geldpolitik geld entwerten und damit gold natürlich aufwerten und dementsprechend haben sie schlauerweise gold gekauft das heißt von netto verkäufern ab 2008 sind die globalen notenbanken zu netto käufern geworden und und deswegen geht es ab 2022 auch auseinander mit den zinsen und gold 2022 und 2023 sehen sie hier die großen balken haben die notenbanken so viel gold gekauft wie nie zuvor in der geschichte insgesamt 2022 1136 tonnen damit es in relation sehen können das sind 25 bis 30 prozent der globalen förderung also was aus der erde geholt wird ein drittel haben die notenbanken vom markt weg gekauft da muss der goldpreis steigen der kann ja gar nicht fallen wenn so viel nachfrage da ist und deswegen ist gold gestiegen obwohl die zinsen gestiegen sind das ist wichtig zu verstehen 2023 wurden zwar in anführungszeichen nur 1037 tonnen gekauft aber achtung der goldpreis war 2023 deutlich höher als 2022 das heißt in dollar summe betrachtet war der goldkauf 2023 sogar noch höher als 2022 massive nachfrage so jetzt ist die frage wie geht die denn weiter war das jetzt eine einmalige situation oder warum kaufen die notenbanken so viel gold und da gucken wir uns mal an wie das verhältnis der notenbanken von ihren währungsreserven ist und das sieht man hier man sieht hier die die währungsreserven der notenbanken im prozentualen anteil praktisch von ihren gesamten assets auf der rechten seite und da sieht man im endeffekt also gold anteil auf der rechten seite und dollar us dollar anleihen auf der linken seite was man feststellt ab 1981 zinserhöhung paul volker sinkt der gold anteil von 65 prozent der assets bei den notenbanken auf 15 prozent runter gleichzeitig steigt aber der anteil an us dollar anleihen hoch bis auf 35 prozent sieht man hier und der switch der dreh der ist in etwa 2013 2014 also in dem moment wo praktisch die zinsen auf null waren komplett auf null seitdem werden dollar anleihen verkauft ist klar weil die auch inflationär sind mit bei den null und niedrig zinsen und gold wieder hoch akkumuliert das sieht man hier aber schauen sie sich das mal an das ist ja noch ein ganz ganz langer weg zu gehen das heißt würden wir nur annähernd richtung vielleicht 40 prozent laufen wollen müssen wir gar nicht mehr auf die 60 prozent gehen dann würde es bedeuten dass wir die nächsten jahre und vielleicht jahrzehnte anhaltend hohe gold käufe bei den notenbanken sehen und gleichzeitig verkäufe bei dem us dollar was natürlich den gold preis in us dollar massiv nach oben ziehen wird und spannend ist auch zu sehen wer da eigentlich gold kauft es ist nämlich nicht die us notenbank fett oder auch nicht die europäische ezb sondern ist im endeffekt die brig länder also die brig staaten allen voran china aber auch russland die gold kaufen und so auch ganz offiziell also die die haben ja mittlerweile mehr als die hälfte der weltbevölkerung und mehr als die hälfte des des bipp so dass wirtschaft der wirtschaftsleistung der welt das heißt die werden immer unabhängig oder wollen sich unabhängiger machen vom dollar denn die usa setzen den dollar immer stärker als ökonomische waffe ein also siehe russland ja wenn man also dinge tut die die usa nicht möchte dann wird man sanktioniert betrifft aber nicht nur russland sondern mittlerweile sind fast 35 prozent der länder dieser welt von us sanktionen betroffen 35 prozent aller länder insbesondere bei den brig ländern und den kleineren staaten und die wollen sich einfach nicht länger gängeln lassen indem die amerikaner sagen wenn ihr nicht macht was wir wollen frieren wir eure dollar reserven ein und diese unabhängigkeit zeichnet sich dadurch aus dass immer mehr dollar anleihen verkaufen und immer mehr gold kaufen und nicht nur wir gehen davon aus dass das weitergeht sondern auch zum beispiel die landesbank baden württemberg sieht es genauso weitere notenbankkäufe und auch eine umfrage des world gold council das ist die größte vereinigung weltweit zum thema gold hat eine umfrage bei den notenbanken gemacht und 80 prozent der befragten notenbanken haben gesagt wir wollen unsere gold bestände weiter aufstocken das heißt das ist ein trend der über jahre anhält das ist keine temporäre geschichte das ist der weitere wichtige faktor und jetzt kommt noch ein dritter wichtiger faktor für den gold preis und um den darzustellen oder die andere frage warum hat man denn überhaupt damals gold vom dollar entkoppelt naja ganz einfach in gold kann ich mich nicht verschulden ich kann nur das ausgeben was ich habe das heißt solange gold geld war konnten die staaten nur geld ausgeben was sie hatten aber konnten nicht massiv sich verschulden und damit sozialversprechen oder wahlversprechen einlösen deswegen hat damals jp morgan der gründer der amerika der viert größten bank weltweit oder größten amerikanischen bank damals schon gesagt gold ist geld alles andere ist kredit weil in allem anderen kann ich mich verschulden und so war es auch ab der aufhebung des gold standards sind die schulden der usa immer stärker nach oben gegangen und mittlerweile explodieren sie sogar richtung 35 billionen us dollar was man hier sieht einmal in der roten linie das sind die schulden der usa man sieht ja dass das immer steiler wird also die schuldenaufnahme immer schneller geht man sieht auch den goldpreis in us dollar der im endeffekt mit den schulden mit steigt warum großteil der schulden wird ja durch die notenbank selbst aufgekauft also die druck geld kauft damit staatsanleihen damit finanziert sich der staat bei der ezb sind übrigens rund 500 also die ezb hält rund 35 prozent aller schulden der eu-staaten wurden mit frisch gedrucktem geld gekauft das ist natürlich inflationär wenn ich geld aus dem nichts erschaffe und damit staatsfinanzierung betreibe was ich hier in grau sehen diese kleinen stufen übrigen das ist die schuldengrenze der usa die seit 1970 sage und schreibe über 80 mal angehoben würde und immer dann wenn ein streit darüber ausgebrochen ist ob man die erhöht oder nicht musste sie teilweise ausgesetzt werden damit ein staats shutdown sozusagen verhindert werden konnte und jedes mal wenn das passiert ist sieht man dass die linie hier unten auf null fällt also das heißt das ist immer ein aussetzen der schuldengrenze der usa und man sieht dass das ab 2015 ganz ganz oft passiert ist das heißt es wird hier immer enger die luft wird immer dünner dass man noch immer neue schulden aufnehmen kann und es ist auch nicht nur ein usa thema mit den schulden sondern leider global betrachtet wenn sie sich hier mal die globale verschuldung in us dollar ab ende des gold standards anschauen dann sehen sie hier eine massive aufwärts bewegung insbesondere ab 2000 also ab dem zeitpunkt wo auch die gold rally gestartet ist die letzte große gold rally und diese schulden sind einer der wichtigsten faktoren warum gold weiter steigen wird aus einem ganz einfachen grund ein system das so viele schulden hat kann mit hohen zinsen nicht überleben das heißt man braucht eigentlich niedrige zinsen um die zinslast diese hohen schulden noch tragen zu können das ist auch einer der gründe warum die ezb jetzt die zinsen gesenkt hat obwohl die inflation noch nicht im ziel korridor ist gucken uns mal diese diese zinslast thematik an im wesentlichen man sieht hier mal einmal den leitzins der usa wie gesagt 81 wurde die stagflation der 70er durch diese zinserhöhung von pol volker auf 20 prozent erschlagen das war also die letzte große eindämmung der stagflation und und seitdem sinken die leitzinsen in den usa immer wieder schrittweise weil immer wieder hohe zinsen haben immer wieder zu rezessionen geführt das ist die graue linie sieht man hier zinserhöhungen graue linie rezession zinserhöhung graue linie rezession und deswegen auch hier zinserhöhung auch hier wird jetzt eine graue linie kommen und eine rezession in den usa die vorboten haben wir donnerstag freitag jetzt schon gesehen und gleichzeitig ist die staatsverschuldung der usa in prozent der wirtschaftsleistung aber von etwa 35 prozent des bipps auf 122 prozent des bipps gewachsen und das problem ist damals konnte diese hohe diese hohe inflation eingedämmt werden doch diese hohe zinserhöhung weil die schulden nur bei 35 prozent des bipps sind würde man jetzt heute bei 122 prozent verschuldung des bipps die zinsen auf 20 prozent erhöhen das wäre völlig untragbar das klappt ja jetzt bei fünf prozent zinsen schon nicht und das ist das große risiko dass die inflation eben zurückkehrt dass die wiederkommt und man die nicht eindämmen kann mit hohen zinsen wie damals gucken wir uns mal den schuldendienst an also das sind ja die schulden und das sind die zinsen ist die frage wie viel zinsen bezahlt die usa denn und dann sieht man hier die zinszahlungen der usa seit den 70er jahren und im endeffekt ist die sind die moderat gestiegen weil die schulden sind zwar hoch aber die zinsen die usa bezahlt hat für ihre schulden die sind ja immer weiter gefallen so deswegen konnte man das noch einigermaßen tragen aber jetzt steigen die schulden sehr schnell und die zinsen steigen und dementsprechend explodiert die zinslast der usa die zinslast hat sich in den letzten drei jahren verdoppelt von 440 milliarden auf über eine billion mittlerweile mehr als verdoppelt 1,1 billionen sind mittlerweile schon 1,1 billionen us dollar zahlt die us-regierung nur für die zinsen ihrer schulden da ist noch keine tilgung mit dabei wie sieht es in der eurozone aus auch hier haben wir dieses schuldenthema gott sei dank nicht bei allen ländern aber eben bei wichtigen ländern in der eurozone man sieht hier mal den leitzins in der eurozone der ezb und die schulden von frankreich italien portugal spanien das sind die verschuldeten länder bei uns in der eu und auch die sind zwischen 100 und 140 prozent der wirtschaftsleistung verschuldet und das problem ist es gibt drei wege um schulden abzubauen weg eins ist wirtschaftswachstum und sparmaßnahmen das geht ökonomisch aber meistens nur bis zu 100 prozent des bip verschuldung und da sind wir bei den ländern drüber bei den usa auch der zweite weg ist inflation das heißt eine höhere inflation als ich zinsen bezahle also ein negativer realzins was die schulden schritt für schritt entwerten würde das ist der wahrscheinlichste weg den wir gehen werden und der dritte ist währungsreform das wäre der harte schnitt den will im wesentlichen keiner der erste weg ist fast nicht mehr möglich durch zu hohe schulden also wird es der zweite weg sein das heißt man wird gucken dass man inflation zulässt in einem ausmaß wo schritt für schritt die schulden abgebaut werden können das ist der wahrscheinlichste weg den die staaten gehen und die notenbanken haben jetzt gerade das problem dass sie eigentlich wegen der schwachen wirtschaft die zinsen senken müssten und wegen der hohen geldmenge respektive der in der noch bestehenden hohen inflation die zinsen erhöhen müssen das ganze nennt man stagflation also stagflation ist wenn ich schlechte wirtschaftslage habe und gleichzeitig hohe inflation das sieht man hier schön also die inflationserwartungen sind massiv gestiegen in den usa gleichzeitig sind die wirtschaftlichen erwartungen massiv gefallen und das ist stagflation hatten wir zuletzt in den 70er jahren das war der erste große bullenmarkt wo gold von 35 dollar auf fast auf über 600 dollar gestiegen ist und damals eben 81 durch diese zinserhöhung von pol volker auf 20 prozent eingedämpft wurde die ezb hat sich schon entschieden es gab also zwei wege entweder zum zwei prozent inflations ziel und die zinsen oben lassen oder eben die die sag mal die stagflation zu bekämpfen und die zinsen zu senken und die notenbank hat sich jetzt entschieden mit minus 0 25 sind die zinsen jetzt runtergegangen ezb senkt leitzins um 0 25 aber das problem ist gleichzeitig hat sie ihre inflationsprognose erhöht das heißt sie geht aus dass davon aus dass mehr inflation kommt nimmt trotzdem die zinsen runter und das ist ein klarer weg richtung inflation bundesbankscheche nagel warnt entsprechend auch für verfrühten zinssenkungen und auch der internationale währungsfonds der iwf waren vor einer rückkehr der inflation durch einfach die lohnpreisspirale was ist die lohnpreisspirale naja ganz einfach wenn die preise hoch waren dann werden natürlich auch andere gehealtsverhandlungen entsprechend von den von den angestellten gemacht und das bedeutet wenn die dann mehr geld bekommen wird das wieder auf die preise drauf geschlagen und deswegen kommt inflation nie linear sondern die kommt immer in wellen und guckt man sich mal die inflationswelle der 70er stagflation an mit der heutigen und legt die übereinander dann sieht es so aus die blaue linie also das ist die inflationshöhe das ist der zeitverlauf der 70er und das ist der heutige zeitverlauf blau ist die inflationsrate der 70er jahre und gold die goldene ist die heutige inflationsrate und damals ist es so dass die fed eben zu früh die zinsen gesenkt hat und dem dann kam die nächste inflationswelle sozusagen bis zur zinserhöhung von pol volker auf 20 prozent 1981 und das hat dann zur endgültigen erschlagung der inflation geführt und wir befinden uns aktuell hier und wenn jetzt die izb zu früh die zinsen senkt besteht eben die große große gefahr dass wir eine neue inflationswelle bekommen die dann nicht mehr so leicht eingefangen werden kann und das spricht er für sinkende zinsen und es spricht eher für den steigenden goldpreis vielleicht ist es ja auch gewollt dass wir ein bisschen inflation haben denn ein phänomen und das ist das was ich vorhin gesagt habe wie können sich staaten entschulden ist habe ich eine inflation die höhe ist als der zins den ich bezahle dann sinkt sinken meine schulden zwar nicht nominal weil ich ja nichts zurückbezahlen aber relativ zum bib ja weil je höher die inflation umso mehr steuereinnahmen umso höher sind die preise umso mehr steuereinnahmen habe ich also mein bib steigt sozusagen mit der inflation und wenn dann meine zinszahlungen gleich bleiben dann dann sinkt sozusagen meine 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 verschuldung relativ zum bib das sieht man hier mal anhand von deutschland rot sind unsere staatsschulden in deutschland in praktisch milliarden also euro bewertet und da sieht man hier dass die immer weiter nach oben gehen aber die schulden relativ zu unserer wirtschaftsleistung die sinken und zwar ab dem zeitpunkt wo wir hier eine erhöhte inflation in deutschland haben und das ist genau das szenario wie sich staaten entschulden können das ist gut für schuldner aber schlecht für anleger denn jeder der da geld auf dem konto hat hat dann an realen kaufkraftverlust gold würde aber in so einer phase entsprechend stark steigen ja das soweit zu den wichtigsten faktoren das heißt die wichtigsten faktoren sind die inflation der zins die nachfrage der notenbank und natürlich die schulden die die staaten entsprechend machen denn die höher die schuldenaufnahme desto mehr muss es von den notenbanken mit gedrucktem geld gekauft werden gucken wir mal zu den fakten chancen und risiken ist gold schon zu teuer ich glaube das kann mit nein beantworten aber die frage ist wie groß ist denn einfach das das risiko sozusagen von gold und da einfach mal paar fakten chancen und risiken von gold sie sehen hier die performance von gold in verschiedenen währungen in den letzten 24 jahren und es gab auf euro basis nur zwei in 24 25 jahren nur zwei negative jahre wo gold mehr als ein prozent gefallen ist sieht man hier die beiden das andere war mal minus 0 1 minus 0 9 und minus 0,2 die durchschnittliche rendite bei 8,8 prozent pa entsprechend und das risiko wenn es mal zwischendrin betrachtet das gibt den sogenannten unterwasser chart von gold zeige ich ihnen auch gar noch mal da sieht man im effekt oder wasser statt bedeutet vom letzten hoch das ich gemacht habe wenn ich da runter gehe wie tief bin ich gefallen und wie lange hat es gedauert bis ich wieder ein neues hoch gemacht habe also das downside risiko wie man so schön sagen würde und das einfach mal um es ins verhältnis zu setzen mit standard aktien also mit dem dax und da sieht man hier schön dass im wesentlichen die schwankungsbreite von gold an sich in etwa der von standard aktien entspricht das heißt gold hat das gleiche risiko wie aktien wenn sie aktien besitzen können sie auch gold kaufen das zweifelsfall das gleiche risiko aber eben zu unterschiedlichen zeitpunkten das ist der wichtige punkt das heißt schaut man sich das hier an habe ich hier eine phase wo gold gut läuft aktien runtergehen hier habe ich eine phase wo gold zeitwärts läuft und aktien nach oben steigen und unterm strich kombiniere ich das ganze habe ich ein ausgewogenes portfolio mit einem besseren chancen risiko verhältnis man spricht hier von fünf bis 15 prozent beimischung die sinnvoll sind wenn man aktien hat was man gold beimischen soll man sieht es hier auch noch mal das ist im endeffekt dessen die in den letzten 50 jahren die zehn schlechtesten aktien phasen des s&p 500 und wie gold sich in diesen phasen entwickelt hat also immer schön gegenläufig man kann dann daraus eine sogenannte risk return map bauen das heißt bei wie viel prozent gold in einem hundertprozentigen aktienportfolio habe ich denn das beste chancen risiko verhältnis also die meiste rendite bei dem geringsten risiko und da ist das beste bei etwa 70 30 also 70 aktien 30 gold hätte hier das beste chancen risiko verhältnis wie gesagt kann man ja auch mit anleihen noch mit immobilien auffüllen muss man immer mit gold machen deswegen auch fünf bis 15 prozent völlig okay aber ein reines aktien gold portfolio wäre hier mit 70 30 statistisch am besten aufgestellt sieht man auch schön blau ist ein 70 30 gold aktienportfolio und rot ist das reine aktienportfolio so wenn sie jetzt sagen okay nice to have aber was mache ich denn jetzt hier und heute dann würde ich sagen wenn sie noch kein gold haben fünf bis 15 prozent auf jeden fall aufbauen weil es ein wichtiger faktor sein wird nächsten jahre auch und am besten wenn man sagt okay es ist jetzt allzeit hoch kann ich denn jetzt mit allem reingehen und sage ich würde ich jetzt nicht machen sondern investieren sie doch einfach schritt für schritt am besten monatlich einfach rein investieren mit dem sparplan geht ja sehr gut mit dem solid edelmetall depot als beispiel oder sie kaufen sich einmal im jahr ihre münze und da gibt es so eine tolle statistik nennt sich der gold pechvogel damit man sieht der pechvogel kauft jedes jahr für 2000 euro gold und er kauft immer zum jahreshoch also immer zum schlechtesten zeitpunkt 2023 wird er praktisch bei 1900 kaufen dann 2022 bei 1880 2021 bei 1649 und so weiter also können wir jetzt durchgehen immer zum jahreshoch gekauft zurück bis ins jahr 2000 also in den letzten 23 jahren hat dieser pechvogel immer auf dem höchsten jahreskurs gekauft und trotzdem hat der sage und schreibe ein gewinn von 182,65 prozent und zwar nach abzug von achtung vier prozent prägekosten weil für den spotpreis kriegt man nirgendwo physisches gold und fünf prozent beratungsaufgeld der bank oder des beraters das ist alles hier schon abgezogen also das heißt im wesentlichen macht es die dauer was ist jetzt der echte ausblick von gold wo können wir hinlaufen was sind die chancen von gold die risiken haben uns angeguckt wie sind die chancen von gold und auf basis einfach der des bedarfes an gold aufgrund der nachfrage und des angebots gibt es eine 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 sogenannte monte carlo analyse die brechen die wahrscheinlichkeit für den goldpreis bis 2030 hat der lichtensteiner vermögensverwalter incrementum gemacht und da sieht man hier im endeffekt die wahrscheinlichkeiten und der die größte wahrscheinlichkeit für den goldpreis im jahr 2030 liegt bei etwa 4821 dollar und guckt man sich die historische entwicklung an dann ist das eigentlich gar nicht so unrealistisch gerade hier jetzt wenn man sieht die zinsen fallen jetzt wieder was positiv wäre für gold gerade wenn die inflation wieder kommen würde was noch positiver und wenn die käufe in den notenbanken weitergehen wovon wir ausgehen dürfen auch das ist positiv für gold natürlich wird es zwischendrin immer wieder korrekturen geben aber das ist ganz normal am besten federn sie sowas mit sparplänen ab aber zu teuer von der kaufkraft her ist gold auf gar keinen fall und wie es allen greenspan der ehemalige chef der us-notenbank schon schön gesagt hat wer gold hat hat immer geld vielen vielen dank für ihre zeit und jetzt interessiert mich ihre meinung wo sehen sie den goldpreis ende 2030 und was denken sie werden die staaten machen werden sie ab sofort sparen ihr geld zusammenhalten und die währungen werden wir da aufwerten versus gold oder bleibt alles so wie es ist die schulden werden höher es wird mehr geld gedruckt und der goldpreis steigt weiter schreiben sie es gerne in die kommentare ich freue mich drauf und wenn ihnen das video gefallen hat schenken sie uns gerne einen daumen nach oben für den youtube algorithmus ganz wichtig abonnieren sie den kanal falls es noch nicht haben und aktivieren sie die glocke damit sie kein wichtiges video mehr verpassen vielen vielen dank bleiben sie gesund bis bald wie andreas ullmann